yo freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen blog das ist hier der blog wo wir die pakete abgeben vom gewinnspiel und ich habe jetzt ja auch schon beide pakete eingepackt das braune ist von lucas die decke das weiße ist von mir die decke ich habe es ja schon beschriftet und hier auch hier sieht man dieses hd gamer logo von der karte von autogramm karte ja ich werde dieses hier in meiner schule hergeben denn derjenige der dieses paket gewonnen hat kommt aus meiner klasse und dieses paket hier wird mit der post verschickt und mit diesem paket gehen wir auf die reise aber nicht heute denn es ist gerade 22 55 und ich gehe jetzt schlafen aber ich kenne es wenig zu schlafen sondern ich muss natürlich umziehen ziehen und ein bisschen um so umgezogen und jetzt geschlafen dann sehen wir uns auf dem weg zur post morgen freunde wir sind jetzt hier am nächsten morgen und ich habe jetzt hier mein paket liegen und ich fahre jetzt mit meiner mutter dann zur post und ja ich möchte natürlich wieder mit freunde das was hier jetzt von dem gewinnspiel vlog das ist jetzt auch schon von dem ganzen gewinnspiel wenn es euch gefallen hat dann lasst natürlich wie immer einen daumen nach oben da dann sehen wir uns beim nächsten video wieder bis dahin hat einen schönen tag haut rein macht's gut und schau